Hallo liebe Zuschauer vom Seereisenmagazin TV. Wir sind hier momentan auf der Buga Koblenz 2011. Ein neues Schiff wegen der Bundesgartenschau hier in Koblenz und ich möchte Ihnen was vorstellen. Wir haben eine neue Moderatorin. Das hier, liebe Zuschauer, ist Ludi Spreyer. Ludi Spreyer ist unsere neue Moderatorin. Wirst du seekrank? Ich denke nein. Bist du ein bisschen nervös vor der ersten Moderation? Nein, weil du bist ja bei mir und ich weiß, ihr müsst alle so lange hierbleiben, bis ich fertig bin mit meinen ganzen Versprechern, mit allem drum und dran. Und ich würde sagen, für jeden Versprecher, Fred, gebe ich dir eine Weinschorle aus. Das ist doch mal ein Angebot. Also dann fang mal an, dich zu ver... gilt das auch für mich, wenn ich mich verhau... Ich nicht. Du gehst bei mir schon haubitzenvoll von Bord. Also wenn wir dich auch noch einflechten, das geht nicht.